Das ist der letzte Sommer, oh ja. Das ist der letzte Sommer, sagen die Bayern. Das ist die letzte Wahl, steil ein. Das ist die letzte Chance, loch ein. Einen wunderschönen guten Abend, liebe Zuschauer. Wir sind hier live in Hüttenbach heute am 10. Juni. Es ist 19.30 Uhr und das ist unsere ganz neue Show, die wir jetzt ins Leben gerufen haben. Der verrückte Sommer heißt, die habt ihr oben in der Beschreibung schon gelesen. Ähnlich zum verrückten Adventskalender gibt es wieder Aufgaben für mich, beziehungsweise verschiedene Kommunikationen und Action-Videos, was wir hier Aufgaben und Spannung erzeugen und euch unterhalten möchten. Es sind allerdings hier in der Show auch Gäste dabei und heute ist der erste Gast hier in der Show. Hallo, wie heißt du? Ich bin der Michi. Hallo Michi, herzlich willkommen hier in der Show. Was hast du heute schon so getrieben? Ja, ich bin heute erst einmal, habe ein wenig länger geschlafen, weil ich war gestern auf dem Körper und es war ein wenig lang, aber sonst eigentlich noch viel. Okay, und wir haben heute die erste Aufgabe und zwar bin ich einfach mal nach Nürnberg rein und habe mich bei fremden Leuten in den Kofferraum reingesetzt, mal sehen, was sie dazu gesagt haben oder wie die Reaktionen ausgefallen sind, aufgehen. Ich muss die Leute alles wegwerfen. Hier habe ich eine Kiste. Brauchen Sie dich? Die ist dreckig. Ja, das ist doch lustig. Man ist doch davor auf die Wagen drauf, die uns dann schon wegnehmen. Ja, das mache ich dann. Jetzt mal eine andere Frage. Ich bin gerade am überlegen, ob ich mir so einen Wagen zulege, so ein Modell, was kostet der jetzt hier? Der? Ja. So ein Uraltteil. Ja, weil ich ja. Der ist schon 14 Jahre alt. Ja, nicht so viel Geld dazu. Keine Ahnung, was der. Aber Platz ist ja halt genug. Ja schon, das ist schon schön, aber der ist ja schon 14 Jahre alt. Da fass man gut rein. Also, da könnte man ja mindestens vier Leute auf einmal transportieren, ne? Ja, wenn man die Sitze umklappt, kann man sogar drin schlafen. Soll ich dich jetzt mitnehmen oder was hast du vor? Ja, dass du mich da hinten mitnimmst. Ha. Weil ich möchte mal schauen, wie das so ist da hinten. Dass man sich da ein Sofa kleines reinbaut, ist ja alles möglich. Kennst du die Geschichte mit den 17 Rumänen, die wurden dann aus dem Auto rausgekrabbelt? Kenn ich zwar nicht, aber ich möchte jetzt mal heilen, sonst muss ich dich mitnehmen, wenn du da hinten drin bist. Was, du nimmst mit? Wo fassst du denn hin? Sagen wir mal so, warte, die Einkaufsüge passen hier hin und ich pass hier so, ja. Ha, ist das ein Deal? Was denn los mit dir? Was denn mit mir los ist? Aha. Äh, ja, gute Frage. Fällt es dir daheim nicht oder was? Warum? Warte da so, fremde Frauen ins Auto hüpfen. Ähm, eine Frage, kann ich das hier essen? Was? Kann ich das essen? Na, das ist ja Geld, ich kann das nicht essen. Aber es heißt doch Geldscheißer. Wenn ich das essen kann, kann ich das essen? Nein. Warum? Nein. Warum? Das ist so gut. Du bist mir. Ja. Ach, mach dir eine Wette, ob ich dich jetzt mitnehme oder nicht. Ja. Mit wem machst du die Wette? Mit meinem Kumpel. Und wo ist der? 15 Jahre, der ist da hinten im Haus. Der ist 15? Da hinten im Haus, ja. Und du bist da so 15, 16. Warum? Die machen immer dieses Spiel, wie heißt das? An deiner Stelle würde ich das tun. Wenn ich du wäre. Spiel dir das gerade auch, ja genau, wenn ich du wäre. Ja, das ist zur Zeit sehr beliebt, ja. Ja, und wo ist der Kumpel? Ja, der schaut gerade zu, gell? Ja, dann hol den mal her, mit dem würde ich jetzt gerne reden. Den kann ich nicht herholen, leider. Weil es den nicht gibt. Der ist ein paar Kilometer entfernt. Ja, dann kann er ja nicht zuschauen. Doch, kann er schon. Und dann die Wette gewinnen. Na, sicherlich kann er zuschauen. In diesen Minuten schaut er gerade zu. Wo ist er gerade, oder wo ist die Kamera? Also, schauen Sie mal da hinten, da ist eine Kamera versteckt. Ja, garantiert. Hey, ihr zwei, kommt mal her. Ich habe einen fremden Mann im Auto. Und der will nicht raus. Kommt mal her. Kennt ihr den? Kennt ihr mich? Kennt ihr den? Ihr kennt den nicht? Ne, ich kenne einen Arne, wie heißt der? Also, mein Name steht da hier drauf. Uble. Ja, richtig. Uble, ist ja komisch. Oder Elbu, wenn man es umkehrt liest. Ja, das ist mein Name. Oder Bule, oder Lebu, oder Belu. Ne, woher hast du den abgehoben? Ne, der will mal testen, ob man da ein Sofa reinbauen kann. Ein Sofa reinbauen kann? Das sind meine Kumpels, das machen wir jetzt mit. Ich bin der Uble, ja. Uble, also das ist kein Name, wie heißt du eigentlich? Ja, das ist aber tatsächlich mein Name. Wie heißt du? Uble, ja. Ne, das ist kein Name. Das ist ja ein bäigischer Name. Wie bitte? Bäigischer Name, Uble. Ja, ne. Wie kommt das? Ne? Einfach Uble. Das ist mein Name. So nennt mich jeder. Ich weiß ja, wo ist er mit dem Füger? Ich hab mit dem gar nichts vor. Der wollte mal auch testen, ob da ein Sofa reinpasst. Ja. Schaust du, wie was den Gründen dabei hat? Weißt du, so ein kleines Sofa? Wir wollen Gründe, und jetzt ist der nicht mehr. Der hat gar nichts mehr. Der ist schon alles leer. Aber man hat auch nicht mehr fest. Ich hab noch ein Päckchen Grillsteaks eingefroren, wenn er die braucht. Wenn er reinschaut, ist alles leer. Da ist alles leer. Das sag ich gar nicht. Das ist ja schlimm. So, ich meine, du bist ja auch unterwegs. Ja, ich bin fast alleine. Wenn der junge Mann mal aussteigt, dann könnte ich mein Einkaufszeug rein. Also, der passt noch hier. Wir machen einen Deal. Willst du vorne, nimmst du mich mit? Ansteig aus, versprochen. Ne, das glaub ich dir nicht. Doch, versprochen. Dann übernachtest du noch bei mir? Ja, ja. Oder irgendwas. Ja, ein Zuhause hab ich ja. Wo wohnst du denn noch? Das kann ich dir leider nicht verraten. Ja, du heißt ja auch nicht Uble. Natürlich heiß ich's schon. Ne, Uble ist kein Name. Was machen wir mit dem jungen Mann? Den kitzeln wir an die Füße, bis er raushupft. Ja, das ist ein Deal. Den packst du am Köln? Ey, ich lang nicht an fremde Füße. Den packst du am Köln? Schmeißt du mir in den Ursachszeugen? Ja, das ist kein Problem damit. Also eine ansteckende Krankheit hab ich nicht. Weißt du das? Komm, jetzt hupf raus. Also komm. Es war interessant, Uble, dich kennenzulernen. Ja. Wo ist jetzt der Kumpel, wenn ihr dieses, wie heißt das Spiel? Wenn ich du werde. Genau, weil das spielt nämlich mein Enkel einmal. Ja, das spielt er. Und er hat jetzt gespielt. Ja, und du hast mitgespielt und es war sehr gut. Und wo ist er? Jawohl, also da waren ganz lustige Leute unterwegs am Parkplatz vom Supermarkt in Nürnberg. Ja, wie würdet ihr da draußen reagieren, wenn sich eine fremde Person in euren Kofferraum reinlegt? Schreibt es uns in die Kommentare rein. Ansonsten sind wir morgen Abend wieder da, dann mit einer neuen Folge hier. Wie sieht es aus? Was wirst du die Woche noch so vorhaben? Oder was passiert in der Schule bei dir zurzeit? Ja, ich habe nächste Woche erst mal mündliche Abschlussprüfungen. Und ja, dann schaue ich halt, was sich so ergibt. Alles klar, dann sage ich mal Servus Michael. Schön, dass du heute dabei warst. Viel Glück bei den Prüfungen und bis zum nächsten Mal. Servus, ade. Ciao, ciao. Prüfung. Servus, ade.